Zwei So So Jetzt wird das auch was benutzt du die mp5 eigentlich gleich bestimmt mal jetzt starten wir doch wieder hier wo das schon kaputt ist ja der kontrollpunkt kam erst danach ein bisschen gefällt aber naja so haben wir schon gesehen muss ja nicht unbedingt noch machen so jetzt gehe ich vor mir so ist er denn so schnell ich komme mal zu ihr ja ich glaube es geht ich glaube es geht los er kommt 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 er renn doch renn doch renn doch mit stehen roman ich habe doch den einen typen erstocken doch da man kann dagegen schießen dann lass noch mal zurücklaufen guck mal das ex das leuchtet wieder so jetzt ist er gelähmt jetzt ist er gelähmt ach scheiße stand ich zu nahe davor wo es hier erst ich habe keine munition mehr einmal durch abkürzen so du müsstest mir jetzt mal kurz sehen wir kurz vom hals halten user left your channel Renn, 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 renn. Aber nicht ohne Gold zu käuern. Nein, jetzt lade ich nach. Scheiße, das war knapp. Und da ist er, down ist er. Sehr gut. Schlüssel das Wächter ist. So, liebe Zuschauer, ab jetzt ist es für mich vollkommen blind. Das ist gut. Für mich nämlich nicht. Wird noch schön, glaub mir. Ähm, ähm, ja, du könntest mal heilen und so. Oder mir mal ein Erste-Hilfe-Spray oder so geben. Wie jetzt einfach gesagt, gib mir. Hopp, her, hopp, 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 hopp. Da, hast du. Ja, bleib doch, lauf doch nie weg, ey. Du bist auch doof. Ah, passt so. Oh, gibt da noch was. Gold. Ich hab keine Maschinengewehr-Monition mehr. So. Ja, dann war das das Kapitel doch bestimmt schon wieder, ne? Guck mal noch, ob hier irgendwo was in den Ecken versteckt ist für uns. Ne, nur so ein paar Büsche. Den man noch nicht mal so drum rum kann. Ah, ist da noch ein Ding. Maschinengewehr-Monition. Und da hinten ist ne Kiste. Stimmt wieder ein schöner Schatz, ne? Boah, ich hoffe es. Oh, ja. Oh, ganz viel Gold. Und Rubine. Und ganz viel anders. Und alles. Ganz, ganz viel Geld. Mit Kohle und so. Joa. Wenn du jetzt noch drücken würdest. Ach. Ja, drück ich wieder C. Und dreh mich einmal rund. Ich sag doch. Wow. Sekunde. Bei mir rauscht auf einmal meine Boxen. Okay. Wir fanden es nicht so gut, aber so. Ich hab einfach mal meine Endstufe ausgemacht. Doch, mein Mischpult ist noch anders. Ah, schade. Wär doch auch zu einfach gewesen, ne? So. Ja, das stimmt wohl. Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich kann schneller kombinieren die Waffen als nachzuladen. Ich hab kein Kraut. Also schon ein kombiniertes. Oh, dann nehm ich das noch. Oh. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Was? Wird's mies? Halt dich bereit. Wird's mies? Ähm, kommt ne Katze. Ah, das ist ja gemeint. Aber ich sag einfach mal, halt dich bereit. So für F und V und so. F und V und so. Mhm. Oh mein Gott. E. Der Arme. Ey. Das ist ja nicht mehr schön. Finde ich gemeint. Oh. Das ist nämlich so ein gemeiner Grund, dass man sich hier in den Cutscenes nicht mal eben ne Zigarette stopfen kann oder anstecken kann oder was zu trinken greifen kann. Nein, nein, nein. Da wirst du gefordert. Okay. Weil hörst du das? Hörst du das? Oh, 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 oh. Chopper Action Baby. Ah ja, das kenn ich aber aus dem Benchmark-Test. Chris! Ja, und? Wer rettet mich? Du nicht. Super. Vielen Dank. Ich hab da F gedrückt. Hallo? Aber ein bisschen spätig. Ja, aber Dauerfeuer. Aber man muss dann öfters drücken und was? Ja, die ganze Zeit. Ja, das ist ja dumm. Ja. Ja, ähm. Gut, aber ja, die Stelle kenn ich aus dem Schlechtmann-Test. Da schön ist, die kann man nicht wegdrücken. Ja, das ist echt gemein. Aber, das war auch besser so. So, als ich hab mich schon... Ich weiß nicht, ob ich die bei Aldi und Hellout gesehen hab. Haben die es auch immer verhaftet. Wenn sie dann am Ende so das letzte Mal drücken, mich hingekriegt haben und... Also man muss oft drücken, oder was? Dann wieder von vorne. Also, die haben, glaub ich, immer drauf rumgehämmert. Ah, gut, dann... Weiß ich bescheiden. Beschütze mich! Ich dachte, du bist so ne Killerbraut, Mann. Ja, ich bin ne Killerbraut. Aber wenn dann der... Der Killer-Zombie-Jopper-Fahrer ankommt mit seiner bösen Kette... Ja, ja, ja. Da werd ich schwach. Ja, nur weil du nichts kannst. Auf sowas steh ich nämlich voll. Ah, wie ich... Wie ich dich gerettet hab, Mann. Jetzt muss ich dich retten. Wann darf ich was wissen? F, 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 F. Ah. Ja, das hat ja geklappt. Wie kann's ein Nichts, ey? Ey. Aber sich Hauptsache erst mal beschweren, ne? Ja. Das sind mir die Liebsten, ey. Auf jeden. Also, auf ein neues. Ey, das gibt's ja gar nicht. Und wann muss man V drücken? Wieso das, wenn ich dich helfen, wenn ich dich rette? Das ist, glaub ich, auch manchmal unterschiedlich. Ah, okay. Ja, damit man sich die ganze Zeit auf F rumhammer hat, oder das? Genau. Das ist dann so, haha, verarscht. Ja, dann mach ich jetzt immer abwechselnd. Oh, mein Gott. Ja, ich will den aber eigentlich nicht nochmal sehen. Weil die dramatische Szene riecht lächerlich, ist eigentlich auch ein bisschen schade. Ja, ne, ich hab eben echt Drama. Also, das sieht ja eigentlich schon echt richtig geil aus. Ja, aber ich fand's grad eigentlich, ich find das schon fast ein bisschen zu eklig. Also, ich weiß nicht. Ich mein jetzt auch eher die Szene mit den Krähen, Raben, was auch immer. Achso, ja. Dass da da so einer rumkokelt, ja gut, das ist schon ein bisschen. Und so. Ja. Und dass du da eben... So, jetzt darfst du mir mal helfen, bitte. Ja, jetzt darfst du mir trotzdem mal helfen, Mann. Drück doch mal! Jetzt muss ich die V drücken. Oha. Siehst du, ich muss trotzdem F drücken. Keine Ahnung. Boah. Ich hab einfach noch rumgeheben. Eee, geht, 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 geht. Ist ja widerlich. Hilfe. Nein. Nein. Ja, ich drück FV. Ich drück FV. Good game, good game. Ey, aber ich hab heut schon, ich wollt grad schon sagen, so nach dem Motto, oh, wenn man da jetzt so gespannt drauf guckt, da hat man doch bestimmt keine Reaktionen mehr. Ja, ich lese da noch so Buchstaben und denk mir, wieso sind die, steht da plus irgendwas und drück FV. Aber eigentlich könnte ich meine Aufnahmen auch mal wieder ausmachen, ne? Ah, ja, könntest du, ja. Hab ich auch gemacht. Aber du siehst hier eh das Gleiche. Und die Buttons, die ich drücken muss, das interessiert ja nicht. Hm, doch. So, dann jetzt aber diesem epischen Vögelfiech, was da jetzt kommt. Einfach mal die Klappe halten. Ja. So. Hallo? Was ist denn du da? Erschreckt mich nicht so, ey. So. Boah, wo kommt der her? Ja. So, alles bereit halten hier. Sich zu retten. Was darf ich drücken? Jetzt, 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 jetzt. Sauber, sauber so. Jetzt AD, AD, ne? Ne? Ja, ja, ich glaube. Ausweich jetzt. Jetzt ist ja Spannung pur hier. Ja, aufregend ey. Ja. Ja, weil man, man wartet so auf die Millisekündchen, wo... Man geht von an. Na, 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 kommst du? Adi, ausweichen! Perfekt, gemeistert. So, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, 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 ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ah, genau. Jetzt kamen unsere Kumpel. Oh, nice one. Nein, die will ich auch haben, die will ich auch haben, hallo. Oh, 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 oh. Aber wir retten, oder ich rette sie, ich werde auch noch mit dem Island. Schläfe. Slow-mo, bam. Oh, der war, der war nice. Oh, der war echt nicht schlecht, ey. Oh, 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 jetzt muss ich dir wahrscheinlich helfen. Lade Hilfe um. Okay, dann wurde mir nochmal das Leben gerettet von Island. Na, sei du jetzt. Genau. Tschak, boom. Von hinten. Danke. Und da war auch ruhig hier ne juul hier viel zu nahm der zeit haben wir schon einen ein kapitel 14 zombies jeder wieso steht es schon bei dir ach das eben noch was jetzt aber eigentlich kann mir ein bisschen mehr vorne war naja das war mein ausbilder hier Du musst weitergehen, Herr Irving. Aufgrund der Daten, die wir von der Harddrive entfernt haben, wir glauben, er hat nach dem Minimum in der Nähe geblieben. Und der hat mir so'n mini SD-Karte bekommen. So ne schöne SD-Karte, ja. Und die steck ich jetzt. So, was ist das jetzt für ein Handy? Das kenn ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist das Umbrella-Fold. Ja, ich weiß nicht von welchem Teil das ist. Das wäre halt jetzt ganz faktisch, wenn man alle gespielt hätte. Aber... Ja, ne. Ja, ne. Let's move out. Ja, ne. Ja, ne. Beenden sie Kapitel 2-1. Genau. Oh, so weit sind wir sogar schon. Boah. Oh, wir haben aber jetzt auch ordentlich viele Gegner bis 60 Gegner. Eieieieiei. Aber wir haben aber 6 Mal gestorben. Wir sind aber nur... Äh, wir haben aber nur Note B, äh. Ja. Ja, das ist, weil wir 6 Mal gestorben sind. Und 45 Minuten gebraucht haben. Ja. Ja. Und weil wir keins auf Wach haben. Ja. Doch, ich. Präzision. Ah, du Sack. Ja, ich hau da ja auch immer... Ja, wenn du dann wieder tot auf dem Boden liest... Nee, wenn du dann wieder halbtot... Nee, wenn du wieder halbtot auf dem Boden liest, weil du wieder einen Schuss und dann das reicht bestimmt. Und dann 5 Zombies um diese... Und ich dann einfach mit Magazine reinballere, damit du irgendwie noch, äh, weißt du... Dann gehen dann halt mal ein paar Prozent weg. Jetzt hier keine Lügen. So, okay. Jo, aber ich würd sagen... Genau, wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwie morgen, übermorgen... Irgendwann in die Tage wieder. Wir haben ja jetzt bestimmt erstmal ein bisschen was. Ich muss das auch erstmal zusammenschneiden jetzt. Aber natürlich, wenn ihr's jetzt guckt, äh, dann ist es natürlich schon zusammengeschnitten. Äh... Und wahrscheinlich, wenn ihr's guckt, ist wahrscheinlich schon das Neue in Arbeit. Deshalb, äh, geht's jetzt... Das kann gut möglich sein. Ja, weiß noch nicht so genau. Direkt zeitversetzt, äh, in der Vergangenheit schon wieder weiter. Da musst du halt gucken. Also, naja... Na gut, wenn du alles gerendert hast, dann hat's ja auch wieder Platz auf der Platte. So, genau. Werden wir vielleicht dann auch wieder direkt weitermachen. Also, kann gut möglich sein, dass wir dieses Wochenende noch was machen, ne? Ja, genau. Ja, ich werd jetzt, äh... Weiß nicht, ob ich heute noch, äh, dazu komme, aber werd das mal gleich, äh, aufschnibbeln und so. Mal schauen. Aber vielleicht jetzt auch nicht, noch jetzt noch nicht, äh, mal gucken. Vielleicht auch jetzt heute nur so viel wie, äh, ne? Dings und so. Äh, ohne Split-Screen und so. Den mach ich jetzt nochmal an, so. Äh, nämlich, also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, bis dann. So.